Sehr geehrter Herr Bürgermeister, ich bin hier in Wien in der Präsidentschaftskanzlei mit einer großen Zahl österreichischer Gedenkdiener und auch einiger Gedenkdienerinnen versammelt aus Anlass ihrer Verabschiedung aus Österreich. Ich habe gehört, dass einige davon auch mit Ihnen zusammentreffen werden und Ihnen eine Ehrung, einen Award überreichen werden. Und gerne habe ich den Vorschlag aufgegriffen, mich dem Dank an Sie anzuschließen, Ihnen herzliche Grüße aus Wien zu übermitteln und auf eine gute Zusammenarbeit zwischen unseren jungen Leuten und Ihnen und Ihrer Gemeinde meine Hoffnung auszudrücken. Alles Gute, alles Schöne, herzlichen Dank.